Hallo Leute! Willkommen zu einer weiteren Folge von Resident Evil auf dem Klassimox! Nicht mehr Filmmaterial. Genau. Die Erweiterung DLCs zu Resident Evil. Da gibt es mittlerweile zwei. Ich kann sie hier aussprechen. Band Footage Teil 1 und 2. Mit jeweils verschiedenen kleineren Spielen. Und ich kommt noch aus demnächstes DLC raus. Wo es um... Jack Baker oder so? Genau. Ne, nicht Baker. Jack Baker war der Typ hier. Ne. Der eine Typ, der uns gerettet hat in der letzten Folge. Ja. Und auf jeden Fall, wir spielen das über die Verbot des Filmes. Und los geht's. Ich hab jetzt schon ganz auch gut. Ah, hier sind sie. Albtraum Schlafzimmer, 21 Töchter. Oh, Blackjack. Wir spielen Blackjack. Ähm. Noch was soll ich sagen. Ich hoffe, das nimmt jetzt gut auf, weil ich hab ein bisschen so Probleme mit Shadowplay. Ich hoffe, es ist kein Rand. Wenn Rand ist, dann tut es mir leid. Bitte das zu entschuldigen. Für sämtliches Spoiler möchte ich mir entschuldigen, weil ich eventuell schon den ein oder anderen Teil des Spiels kenne. Man munkelt. Vielleicht. Boah, ich hoffe noch, dass mit dem Sonnen es gut ist. Wir haben jetzt die... Vorher war das immer das Mikro hier. Jetzt haben wir es mal da oben hingestellt. Mal sehen. Damit man auch die zweite Version hier hinten besser hören kann. Ja, und dann hab ich das Spiel jetzt ein bisschen leise gestellt. Ich hoffe, mal es klappt. Und jetzt... Starten wir. Albtraum. Jawoll. Ähm. Weißt du? Man muss erst Albtraum, dann kann man noch ganz... Wir können Albtraum, aber ich will noch... Dann starten wir. Albtraum. Albtraum. Clancy hat sein Bestes gegeben, aber konnte Jack nicht davon laufen. Die Treppe heruntergeschleppt und in den Keller geworfen. Röchelt Clancy in der Schimmelverseuchten Luft. Der Jack die Türen in die Freiheit zukommt und sagt, schneid dich an, du wirst bald deinen neuen Freunden treffen. Ey, jetzt ist noch einer von den... von diesen drei... Oh, ich bin zu drückt. Wo... wo bin ich? Das war einer von den Kameramännern, ne? Das ist der Kameramann, oder? Ja. Oh, wir werden also sterben. Schön! Soll das ein verdammter Scherz sein? Ja. Oh. Ja. Ähm. Hey, wie warst du... Ach, du musst... Entschuldigung. Ich fang jetzt schon an. So. Ähm. Ich dachte schon so, wir können vielleicht jetzt die öffnen. So. Ach du Scheiße. Alter. Ja, geil. Also, wir können dann auch irgendwo diese Sachen sammeln, ne? Ich sag jetzt mal nichts dazu, ich weiß ja schon, warum es da geht. Och nein! Oh fuck! Okay, ich hab jetzt schon verstanden, was es gibt. Äh. 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 Bevor wir jetzt einfach drauf los... Achte darauf, wenn du was kaufst, was mit den Preisen passiert. Ja, die werden höher. Hm. Werden die Messer benötigen? Ich weiß nicht. Ja, fuck. Wie, 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 wie... Inventar und Nachlagen erstmal. Ich kann aber jetzt, kann ich jetzt gar nicht starten. Äh, ist doch TAP, oder? Äh, ich weiß nicht. TAP oder I oder E. Ich hab schon etwas länger nicht mehr gespielt. Ja, ich hab die ganze Zeit gedrückt, es ging nur nicht. Was war das? TAP, ne? Okay. Und wir kommen hier rein, ne? Die Leute sind schon eine Welle von Zombies. Lauf? Muss ich laufen? Guck dich auf. Weiß nicht, oder was? Ich weiß nicht, oder was? Mist. Die werden auch mit dir selber ausgelöst, das ist nur die Falle. So hä? Wie, wie war das so schnell tot? Ich hab' ich... 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 Ich würde empfehlen, uns zu laufen. Ich empfehle sie echt. Oh, wie wird das schön... Wird das schön... Wird das schön, wird das sch... Wird das schön, wird das sch... Wird das schön, wird das sch... Der ist dauernd. und aber die Schmerzen dort ist noch ein die Brombe Schulte und die Einziger nein und sie sind jetzt müssen sie es ist wichtig Ja, das brauchst du. Geh dann mal nach links. Ja, ja, ich weiß es. Ach, ja. Deswegen. Safety first. Okay. Wir können immer später. Das wird man gewusst. Okay, dann wird das gleich auslösen. Okay, dann wird das gleich auslösen. Wie bist du denn? Ja, ich hab doch hier den Vattel aufgespielt. Jetzt ist es. Ja. Vielleicht war ich vorher schon ein D. Oh! Hä, steht die Vier auf? Nee, das ist nicht. Ach so. So, ich renne die halt. Ah, der war schon tot. Scheiße. Ja, ja, ja. Nachtrum. So. What? Was? Was? Ich hab doch... Geh mal nach rechts. Nein. Nein, nein. Du meinst rechts. Rechts ist hier. Nein, guck mal nach rechts. Du sagst, geh mal nach rechts. Jetzt hoch. Da ist noch was. Was? Ja, du kannst du das sagen, wenn du... Ich muss ja nicht direkt sagen, wenn du... Ich muss ja nicht direkt sagen, wenn du... Ich muss ja nicht direkt sagen, wenn du das dann fahre anfiel. Ich keine Ahnung. Geh mal rechts, was ich gesagt. So. So. Vielleicht hilft dir das fast. Und das könnt ihr auch nicht kaputt machen? Bitte? Könnt ihr das kaputt machen? Das geht leider nach jeder Runde selber nicht. Runde? Ja. Ach, das muss auch jemand wieder abnehmen, ne? Hm. Komm. So. Ach, was willst du denn? Was willst du denn? Nein! Was ist das denn? Das kannst du dir nicht einschmeißen. Oh. Ah, das war die erste Runde? Ja. Fisch ihn. Wo wolltest du ihn übernehmen? Wuhu. Ja. Ja. Scheiß drauf. Ich bin da und fliegt, ne? Äh. So, sie wieder machen es alle. Ich weiß nicht so, Alarm muss aber gehen mal nach links. Ich bin der eine Freude bereiten. Das ist so. Aber das haben die bis zum Geräumt. Weil wir waren auch in unserem... Ja. 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 Also ich denke mal das ist eh, im Prinzip Philister zwischen den Pressern und Herren. Damit sie weiter nach Kohle produzieren. Weiß ich so sein, was bis hier überlegt. Es ist geöffnet, schissen? Wie einfach mein Ding, ne? Ich nehme weil es schon kaputt ist. Übrigens, du hast auch Fähigkeiten. Fähigkeiten. Ja, das tut gerade auch so, ja. Warte, ähm... Ich hab Fähigkeit, Junge! Ja, ne, ich so. Hatte ich's messen? Das ist hier, da auf. Oh, Gesundheit. Das ist ziemlich gut. Das ist okay. Ja. Puh. Nur damit Bescheid weiß. Mach mal das. Und das. So. Du weißt, wie wir hier auch so ein Loch, die ich hier herkommen bin. Boah, das Boll ist voll. Muss er mir selbst geben. Eine Presse hast du noch nicht eingeschrissen, oder? Ja, ich weiß, ich muss erst mal zu dir hin. Den denken an die Dachfeinde. Das gibt's jetzt schon. Ja, Zubel rum. Plastiker. Ah, da noch drauf, ja. Hohohohoho, komm her. Gehst du das, gehst du! Gehst du Gott, Fick, hä? Gehst du das, fick, hä? Komm her, komm her! Ach, warte mal. Komm schon, komm schon, du Fick! Alter, ich geirg bin. und weiss was es wir müssen ich glaube das ist kann jetzt das 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 brauche ich so objekte ich glaube das wird eine Sonderfolge wir sind next das ist geil das ist geil sein und ein die Beobachtung fiegt der Kauf die D die Düsseldienste du musst es laufen Auf keinen Fall ist es noch einer Sack, was da rein geht. Und der ist schnell! In der Entfernung aufbauen. Jetzt kommt es so ein besprengvolles Zünden. Geht aus! Geht weiter! Der hat einiges. Auf Gott, ich bin am Arsch! Gonscho! Ich würde jetzt nicht glauben, wir können noch eine Erschiede, wenn er nicht schlägt, wenn er nicht schlägt. Wie kann ich den jetzt gleich umbringen, wenn ich gar nichts mehr habe? Stimmt! Ja, da hast du überhaupt noch ein Messer. Geh doch mal aus dem Raum raus und lauf mal wieder die großen Gäste. Da hast du mehr Platz. Aber das Geschützeswerk, warum ist das Geschützeswerk? Ja! Sie durchdreht mich! Das ist ja keine Flippmonie mehr. Nein! Ah, cool. Cool. Wenn du weintest du und rennst, baut der Abstand auf. Ja! Das nützt dir, was du rennst. Du hast etwas mehr Zeit, eine Munition wieder zu kaufen. Ja! Kann ich das? Nein! Laufen! Ist sicher! Laufen! 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 Hast du denn schon Spaß? Der ist immer noch hinter dir! Ja! Alter! Fick dich Jack! Keiner mag dich! Hast du denn schon Spaß? Nein! Nein! Wie soll ich jetzt töten? Nein! Wie soll ich jetzt töten? Aber ich kann dir noch mal was töten, ne? Ja! 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 Das acknowledge dein Stork! Ist ja plastisch! Trink Deutsch! Dauphhů! Ich weiß nicht wie du auf dem Boden legen musst. Ich glaub dreimal. Dann müsstest du jetzt nie noch einmal zum Boden gehen. Das schieß! Ich schieß auf, ich schieß auf, denn sonst sind wir mit Geld wieder. Ich hab dich gedacht, ich bin ja... Boah, das war bestand. Fick dich, Jack! Noch zwei Schuss. Du weißt sehr gut aus. Ich muss was versuchen, ich muss das versuchen. Krass. Ich schieße jetzt gerade noch zwei Schuss ab. Und jetzt muss ich Munition holen. Keine Munition hier. Schlaufe! Ich laufe jetzt einmal durch. Homo Munition. Beispiel... Ich sag dich, Homo Munition! Du hast jetzt ein bisschen Abstand von der Ausbildung. Mach schnell. Alter, mach hin! Ich weiß nicht, der weiter rennt kann. Keine Ahnung, ob das reicht, aber... Fick! Dich! Du Arsch! Du kannst mir weh tun! Ja! Bitch! Na, du wüsstest du lustig machen, ne? Ja! Ja! Ach Jack, du, seine Kopfnüsse, die tun doch auch nicht weh! Ach, hat mir das gefehlt. Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! So, komm! Komm! Nimm das! Nimm das! Ich hab dich gewarnt! Du, nicht mit mir an! Halt! Du nervst Jack! Du bist nicht gruselig, dann deine Bitch, die ist vielleicht gruselig. ja nein ich bin ich kann es verkaufen es müssen die 10 Schuss sitzen der Vorsitzende kann die Lichtung auch ändern vorbei Junge was willst du, was willst oder Schroppmann ich hab's nicht verkaufen das sind die letzten 10 Schuss und dann hab ich noch Messer äh hallo 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 das war so schön ein Mann Familie immer Familie zieh das jetzt bin ich in die Länge komm schon ok wolltest du haben ich stehe von nach vorne kein Weg hier raus weißt du ja 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 alles das laufen die schon weiter ja ok so moment doch für das abholen für unterwegs ich 4 es wird das ist was er so Upp ich zeichne nichts scheiße ich würde mir noch ein bisschen Money holen und eine Presse, was ja noch die ganze Zeit und das Geschütz, ich brauche das Geschütz Nein! Welche brauchst du dafür? Wo kommen all diese Dinge herverdacht? Ich brauche das Du hängst vor dem Löserkessel und ich laufe 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 Ich brauche das Geschütz Das Geschütz ist mein Freund Ich brauche das Geschütz auch mal teurer zuerst Muss also die Presse nicht verbessern Aber ich brauche noch 1000 dafür Oh Mann Du brauchst auch noch eine Pläne? Ja, aber ich mach das direkt Weil ich brauche mehr Punkte für die Zukunft Würdest du nicht mal eine verätzt die Tür übernehmen? Ja Wahrscheinlich ist es dauer noch ne Presse, aber ich komm jetzt Das war ein Schuss mit den Geschützern ist fies Das war ein Schuss mit dem Geschützern ist fies Wenn du die ganze Truppe dann immer da vorbeiführst Ah, ich wüsste, 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 ich wüsste Also, das war ein schutzbaust Alter Ich häng in der Ecke Ich häng in der Ecke Ich hing in dieser verfickten Ecke fest. Hinter dir war auch so ein Vieh, das kam aus dem kleinen Raum und die Treppe da unten. Ich weiß, ich hing aber in der verdankten Ecke fest. Dann vor dir zwei und hinter dir einer. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um? Wollen wir das jetzt einfach auf dem stehen lassen? Du spielst doch jetzt. Zeig dir mal wie das geht. Spielt er das? Nächste Folge spiel ich das. Ja. Aber nicht mehr auf meinen Kanal, sondern C-Box. Ja. Fick dich. Gerne geschehen. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ja. 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 Ja.